hallo willkommen zu einer neuen folge 7p coffee time hallo bernd hallo kerstin heutiges thema ist warum müssen die pferde hinter uns laufen vielen dank für die einsendung dieses vorschlags den greifen wir heute gerne auf ja es war nämlich die frage man sieht eure pferde immer hinter euch laufen beziehungsweise wenn wir kurse geben dann erwähnen wir dass in der regel unsere pferde immer abstand zu uns halten und hinter uns sind klappt das sollte man vielleicht als erstes ansetzen weil die sind natürlich nicht nur hinter uns also wir haben grundsätzlich drei für positionen die wir im training sowieso durchspielen aber auch beim spazieren gehen anwenden können wenn wir müssen das ist einmal vor dem pferd also pferd läuft hinter uns einmal neben dem pferd das pferd läuft quasi wie man es kennt aus ganz normal dem pferde umgang wie man in der reitschule lernt pferd läuft also neben uns circa schulterhöhe und einmal wir laufen hinter dem pferd die drei für positionen haben wir grundsätzlich genau das heißt es ist nicht immer dass das pferd hinter uns laufen muss sondern es soll da laufen wo wir sagen dass es laufen soll wir können uns vorausschicken aber auch sagen bitte bleibt hinter uns und grundsätzlich wenn wir sagen wir führen unsere pferde auf auf die pierogs auf die wiesen dann sorgen wir schon dafür dass die hinter uns bleiben wieso grundsätzlich ist es so dass ich das so bisserl also ziehe wie in der herde der rang höhere läuft voraus und mein pferd soll respektvoll abstand halten mich nicht bedrängen mich nicht anrempeln das geht auf seinen fleck ich gehe voraus wenn ein problem kommt kümmere ich mich darum pferdchen hat seinen schrägen es heißt respekt und vertrauen einbauen ins pferd als basis genau dass es weiß ich weiß wo wir hingehen du musst dich nicht kümmern bleib einfach hinter mir ganz genau hat den vorteil dass mein pferd sich nicht ein mischt wenn irgendwo vor mir was ist es geht keine gebläse an das pferd rückzeitlich wechselt um gottes willen was ist das weil er sowieso ich als erster bei diesem objekt bin und wenn wirklich irgendwas unvorhergesehenes kommt keine ahnung es kommt der lkw oder traktor mein pferd sagt hinter mir was kommt da dann drehe ich mich um und habe eigentlich kontrolle über die situation so und da geht es nämlich jetzt los und ich nehme an das ist der grund der frage die frage ist nämlich eigentlich nicht warum gehen eure pferde hinter euch sondern die frage ist warum lernt man im konventionellen unterricht dass ein pferd immer neben mir sein soll in der regel wird den reitschülern erklärt ich sage nicht dass es nicht ausnahmen gibt aber in der regel wird es so erklärt dass du immer kontrolle über dein pferd hast so jetzt steht 600 kilo tier neben mir mein führstrick ist kurz ich habe keinen meter oder zwei wo das pferd mal reaktionszeit hat sondern das steht einfach neben mir und die wird ganz oft auf kurse darauf angesprochen ja aber wenn mein pferd hinter mir ist dann rennt mich der ja um wenn irgendwas passiert ja dann rennt ja mein pferd mich einfach um erstens der hat rechts und links an auf dem platz in der reithalle 40 meter geteilt durch zwei da kann er 20 meter in die richtung und 20 meter in die richtung wenn er blöder weiß die nicht auf dich drauf springt dann habt ihr ganz andere probleme das ist nämlich respekt geschichte punkt nummer eins punkt nummer zwei was vollkommen außer acht gelassen wird ja wenn mein pferd neben mir ist dann rennt er mich nicht um ich bin ich links stehe mein pferd ist rechts von mir und wenn er rechts von dem medrescher kommt dann rennt mich der nicht um ich kann dann kontrollieren wie mache ich denn das bitte mit 600 kilo pferd ich kann euch ein beispiel sagen ich war in usa da habe ich für ein stiff holloway gearbeitet es waren damals gemischte turniere ist schon ewig her also es waren klassische reiter western reiter und so weiter abgesehen davon haben wir unsere jungen pferde füllt auf so ich nenne es mal backyard shows mitgenommen damit die halt einfach atmosphäre kennenlernen und jetzt ziehen die diese arena so jetzt sind die klassiker ist schon abgestiegen weil die pferde ein bisschen nervös waren wenn junge pferde dabei ist überhaupt gar kein vorwurf alles gut aber das sind halt abgestiegen haben ihre pferde gehalten wir sind auf unseren sitzen geblieben und haben sie beobachtet und dann stehen da original dort ist die einfahrt wo der traktor kommt hier hält einer sein pferd pferdekopf ist da das tief sagt zudem entschuldigung ich will mich nicht einmischen aber dreht den entweder in fahrtrichtung dass der das fahrzeug sieht oder schau dass der ein bisschen abstand hält der wird dich um rennen weil das pferd eh schon auf hufspitzen gestanden ist und guckt hat der hat ihn aber immer wieder zu sich gezogen und hat gesagt hey ein bisschen gefühlloser mensch aber naja gut okay das tief hat es ihm zweimal gesagt und beim dritten mal fängt das pferd an dass er angst kriegt vor diesem traktor der halt rein fährt dreht eine runde und wie er da wieder ankommt nagelt er den mit dem kopf gegen seinen kopf hat er dann an der schläfe getroffen und der typ ist zusammengesackt wie ein kartoffelsack es ist nichts passiert der ist schon wieder aufgewacht alles cool war nur halt eine schramme nichts passiert aber das pferd war schon mal weg der rest von dem pferd war außer sich der traktor muss anhalten wir fangen das pferd wieder ein alle beruhigen sich dann haben sie beschlossen wir räumen jetzt diesen platz weil es ist doch zu gefährlich wenn dieser traktor dort fährt und sind halt diese pferde mit drin ich verstehe es halt einfach nicht weil wer das poneylein hinter ihm geblieben was passiert wäre wäre gewesen pferd hat angst vor dem traktor der typ dreht sich um so das pferd geht vielleicht rückwärts bis zum zaun dort streicheln was auch immer und dann hat der 60 meter abstand aber es war halt einfach kurz kalten und alles nur diskussion und nur darauf ausgelegt der gaul muss funktionieren ich krieg den schon hin ja pech gehabt und dann wurde es halt dunkel verdient gott sei dank ist nichts passiert vollkommen klar wünsche niemanden aber vom grundprinzip die watschen hat er sich wirklich verdient abgeholt weil das war mit ansage und genau diese situation geht mir auf sämtlichen messen wo ich bin immer wieder durch den kopf du bist im abbreite zelt es fährt ein traktor rein die verlassen ihr pferd zügel kurz gehalten verstehe nicht kann ich überhaupt nicht nachvollziehen die hätten halt wahrscheinlich grundsätzlich keine stück dabei also klar im klassischen menschen ausgeräne vielleicht eine kurze zügel hast aber ich habe ja zügel die nehme ich halt über den hals vor allem es ist halt der erziehungssache was das sowieso aber ja super super beispiel equitana das war so super es ist jetzt natürlich blöd wenn ich das erzählen wieder weil es halt doof ist naja wurscht egal ich erzählen es trotzdem viele kennen mich ja mittlerweile abbreitehalle traktor fährt rein und will abziehen es sind drei schimmel da drin von die philippe karl leut die haben halt für ihr demo geübt für ihre vorführung geübt drei ältere damen auf drei weiße pferd ganz nette leute alles cool plus es waren waren blüder mit drin aus der fn schule die dort drin ebenfalls für ihre demo geübt haben der typen im traktor fährt rein einer von der fn leute regt sich fürchterlich auf weil das verantwortungslos ist und wie kann man nur und überhaupt währenddessen stehen diese drei schimmel wie die zinnsoldaten neben dem traktor der traktor fahrer sitzt auf seinem fahrzeug hört dem beim schimpfen zu irgendwann macht der motor auf aus und sagt einfach nur ansage bei den drei geht es doch auch wieso kriegt ihr das nicht hin fragt mal nach die können euch bestimmt helfen lässt wieder an und fährt um hat recht ist ein punkt genau warum kriegen die drei mit diesen pferden keine westernreiter einfach erzogene pferde einfach erzogene pferde die da stehen schauen im traktor zu und wissen okay der frisst uns nicht wieso funktioniert es nicht wieso haut es nicht hin und wenn ich schon die peinlichkeit habe dass mein pferd halt wirklich verrückt spielt warum besitze ich die dreistigkeit diesen traktor fahrer anzukacken anstatt dass ich sage danke dass du stehen blieben bist ich habe mein pferd nicht unter kontrolle tut mir leid war wie kann man nur und war was für eine arroganz ist das schon wieder auf dem reitplatz unterwegs und ich würde halt kleine brötchen backen wenn es so situation provoziert und ich finde ich habe es sehr gröflich ausgedrückt da gebe ich dir recht ich glaube was vielleicht viele unterschätzen oder gar nicht wissen ist wenn man das pferd zu kurz hält dass man einfach schon wieder viel spannung aufs pferd überträgt und dass das halt einfacher ist wenn man denen wirklich mehr strick gibt darum haben wir halt auch am stahlhalfter wirklich lange für stricke weil auch das ist finde ich so ein bisschen ja tatsächlich wenn wir waren blüte in beritt gehabt haben dann hatten sie eigentlich immer so einen kurzen strick mit panikhaken und da muss ich sagen aus dem besten lager wenn man auch bei versandhäusern schaut bestern reitsport und so weiter und so fort kriegst meistens ein bull snap einfach was gutes dran und dann wie lange sind denn die normalen drei meter drei mit der sichtspimmel damit also unsere unsere boden arbeit seien es im boden arbeit seien es geht ja zum führseil am halfter du musst mich aussprechen lassen unsere unsere boden arbeit seile sind circa 3 70 und ich würde für einen guten führstrick eigentlich 3 50 umeinander die gleiche länge nehmen ja es steht dann ein bisschen über wenn irgendwo anbinden muss oder was auch immer aber dann macht man halt so wie heißt der fluchtknoten musst du durchschlafen schlafen den es mit einem zug öffnet du weißt was ich meine dieser panik knoten ist ja burscht ich mache halt ein knoten wo der rest durchgezogen wird und dann hängt das nicht am boden aber so ich sag mal 3 3 50 sollte guter führstrick auf jeden fall haben und damit ist schon mal die halbe miete dass man einfach für abstand sorgen kann und wie macht man das am besten halt wenn man ein boden arbeit seien hat das ein leder ende hat dann kann ich auf den boden klatschen oder auf dem stiefel bei mir klatschen dass einfach ein geräusch gibt und das pferd feststellt okay ich halte besser abstand weil auch das wird man vermutlich erst mal üben müssen dass in situationen vielleicht bei mähtrischen das pferd bedrängt oder traktor dass man halt für abstand sorgen kann da vielleicht auch der tipp ich würde solche situationen nicht mit einem unterliegten stallhäfter ich sage mal begegnen wenn ich weiß mein jungpferd was er immer im gelände ist vielleicht nicht ganz so einfach oder er ist eigentlich einfach aber ich weiß etwas passiert weil halt momentan silage gefahren wird und die traktoren einer nach dem anderen kommt dann hätte ich auf jeden fall ein knotenhäfter drauf mit einem arbeitsseil ja nämlich allein schon aus versicherungstechnischen gründen weil ein stallhalfter von der versicherung im schadensfall unter umständen nicht anerkannt wird als ausbildungsmittel für ein jungpferd um es im gelände zu führen wir haben es an peter kleinberg zu verdanken dass das knotenhalfter mit aufgenommen worden ist in die ausbildungskopfstücke und von dem her bist mit dem knotenhalfter eigentlich auf der sicheren seite zumal du ja der pferd nicht reit ist sondern vom boden aus ins gelände gehst ja gebe ich dir recht genau okay gibt es noch einen punkt den wir beachten beim führen generell ich finde es gibt viele punkte aber das jetzt ins detail zerlegen wird da einen raum entspringen weil wir haben ja webinare darüber gemacht über basis erziehung wo auch wirklich die für positionen durchgekaut worden sind und 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 glaube da gibt es genügend ausbildungsmaterial das bereits vorhanden ist aber ich glaube die die frage warum gehen eure pferde hinter euch sollte eigentlich beantwortet seid ihr die sagen so bin dann schließen wir an dieser stelle ab ich hoffe ihr hattet spaß bei unserer coffee time wir sehen uns bei der nächsten auf wiedersehen auf 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 Untertitelung. BR 2018